Und dann Moinzen zu einem Video, das VfB News X Paderborn vorbricht ist. Also beides in einem, ganz schlicht, einfach aus Zeitgründen, weil jetzt mal ohne Witz diese 5 Spiele da in 16 Tagen oder was es da jetzt sind, das einfach hab ich mit der Pendlerei, mit Uniort, nach Hause, Geburtstage, dies, das. Ehe viele VfB News, einen richtigen Vorbericht, das hätte ich heute einfach zeitlich nicht hinbekommen, keine Chance. Deswegen ist er hier mit drin in den VfB News und dazu kommt auch noch, dass der VfB am Mittag auf einmal gedacht hat, ey komm, lass mal kurz so viel machen auf dem Transfer, wenn es aber ganz wie seit dem 1. Januar nicht. Das alles sprechen wir an, ein paar VfB News Geschichten nachholen, natürlich die aktuellen Transfers und dann noch ein kleiner Vorberichtsteil für Paderborn morgen Abend, wo wir natürlich auch wieder streamen werden, 18 Uhr schon der Anpfiff, ne, aufpassen, 18 Uhr schon. In Paderborn. Wir legen los mit VfB-Fans so ein bisschen, weil ich was gelesen hab vom DFB auf Twitter, dass das Präsidium die Kommission Fans und Fankulturen erweitert hat und da ist zum Beispiel einer vom VfB dabei, der Sprecher, der Fanbeauftragten Christian Schmidt ist unter anderem ein neues Mitglied, fand ich ganz interessant. Und natürlich nenne ich ja auch immer wieder, wenn Kommando und so weiter was machen, die Ultras das machen, und hier wieder Kommando-Kannstadt-Scheckübergabe mit neuer Rekordspende in Höhe von 27.000 Euro an die BRH-Rettungshundestaffel Mittlerer Neckar e.V. Sehr schönes Ding. Jungen Wild, auch länger her, wie gesagt, wir holen ein paar Sachen auf. Es war der Junioren-Cup, ja, in Singelfing war es, glaube ich, und da haben sie ja sicher unter ihren Ansprüchen gespielt und ihre Erwartungen gespielt, wurden da siebter, haben das Spiel um Platz sieben dann am Ende noch gewonnen mit 3-2 gegen Winfiga Lissabon, aber siebter ist, glaube ich, nicht so wirklich das, was sie wollten. Da war natürlich heftig, einfach vor allem am ersten Tag am Samstag waren 350 oder rund 350 Fans von Galatasaray dabei, die ja auch dort dabei waren, die U19, aber halt richtig, ne, Ultra-Fan-mäßig, natürlich wahrscheinlich nicht genau richtig die Ultras, ne, aber richtig Fan-Block-mäßig war da drin. Das war richtig geil, haben ordentlich Alarm gemacht im Klaas-Palast dort. Und noch schönes Letzte von Jungen Wild, es gibt ein optisches Update im Nachwuchsleistungszentrum, nämlich zum Beispiel Casanaro und Ulrich, die ja diese Saison ihre ersten Einsätze für VfB-Profis hatten in der Bundesliga, wurden an der Debutantinwand, nennt sich das jetzt, verewigt. Schönes Ding, schönes Signal, weil muss ja auch, ne, muss ja was Besonderes sein, muss ein cooler Schritt sein, hochzugehen zu den Profis. Kommen wir hier zu, ja, sagen wir, unwichtigerer Gerüchteküche, einfach ein paar Sachen aufholen, die aber nie groß passiert sind. Nummer 1, Finn Böhmker, ein Keeper vom HSV aus der Jugend, hieß es mal von der Bild, dass der kurz davor ist, zu uns zu kommen, ist ja bisher auch absolut nichts passiert, was das angeht. Dann haben wir, ja, Clinton Mola, der an Pleckmann ausgeliehen ist, da gab es auch Gerüchte, dass es vielleicht da auch schon in England quasi, ja, die Klubs wechseln könnte, in anderen Championship-Klub-Interesse herrscht für ihn, ist aber ja auch nichts passiert, also bisher nicht. Morgen ist ja Deadline-Day, das Perea-Gerücht hatten wir, dass der vielleicht eine Laie nach, ich glaube, Portugal war es dann, als der vielleicht im Raum steht, würde ich aber auch mittlerweile ad acta legen, ist auch nichts passiert bisher. Matteo Moretto und, ne, laut Matteo Moretto, sorry, sind wir an Konrad de la Fuentes dran, ein linker Flügel, oder waren wir dran, wie auch immer, ist auch nichts passiert, alles jetzt zur Vollständigkeit. Ich habe euch ja immer die ganzen Timestamps und so weiter hier drin, das heißt, ihr könnt da auch durchskippen, falls ihr denkt, ey, unwichtige Gerüchte, höre ich mir nicht an, dann skippt gerne durch. Wir haben wohl ein Angebot für Gacinovic abgegeben, der zu AEK-Athen ist, so heißt der Klub, kennen wir noch von Frankfurt und von Hoffenheim, aber genau, keine Chance, da kommen wir finanziell nicht hin, den zu holen, wäre auch Mittelfeldspieler gewesen. Haben wir noch ein weiteres Gerücht, glaube ich, auch zu irgendeinem Mittelfeldspieler, ja, keine Ahnung, auch von Dynamo, Dynamo Moskau ist das wahrscheinlich, ja genau, aber dazu ist auch nicht viel passiert, also, wie gesagt, Gerüchteküche halt, Gerüchteküche halt ist sehr, sehr, ja, manchmal cool, weil natürlich irgendwie ein bisschen Nervenkitzel ist dabei, wenn neue Gerüchte kommen, neue Tweets kommen, aber eben auch so viel Fülle von Name-Tropping und so viel Quatsch, der nie passiert. Dann noch einer, Aissa, der zu Union ist, der Tunesier, da waren wir auch schon mal irgendwie dran im Gespräch, wie auch immer, ist aber zu Union, das war aber auch schon damals klar. Dann auch hier war klar, Papi Gay, hatte ich auch mal eine Insta-Story zum Beispiel drin, ja, war man wohl interessiert daran an dem von Marseille, aber das ist so ein hohen Marktwert und jetzt logischerweise, weil auch Sevilla dran war, geht da wohl zu Sevilla, weil die ja auch Delaney an Hoffenheim abgegeben haben, so fallen ja manchmal die Dominosteine im Transfermarkt. Ja, einige, einige Gerüchte am Start, jetzt haben wir hier noch Nikolas Raskin, der wechselt aber wohl dann doch zu den Glasgow Rangers von Standard Lüttich, müsste es gewesen sein, also nicht zu uns, das müsste, glaube ich, auch Mittelfeldspieler gewesen sein. Und dann kommen wir zu ein bisschen interessanterer Gerüchteküche, sage ich mal. Nummer eins natürlich, Wettlesen, ganz klare Geschichte, aber da passiert wohl auch nicht mehr wirklich was. Das sind mit einigen Angeboten bei denen, ja, abgeprallt, das letzte Mal bei zweieinhalb Millionen gelegen haben, aber die wollen wohl noch mehr. Manche schreiben sogar von der doppelten Summe, diese wollen also fünf Millionen. Da sind wir einfach nicht dabei, glaube ich. Gelabogie ist kein Thema mehr. Und dann haben wir hier noch Ejüb Aydin, ist laut der Bild ein Kandidat beim VfB, ein junger Mann, 18 Jahre alt, defensives Mittelfeld von Bayern München 2. Aktuell hat das Gerücht von heute, mal gucken, ob da noch irgendwas passiert in Richtung morgen. Stadionumbau, nächstes Thema. Da hatten wir ja anfangs eigentlich kalkuliert, mit so 98 Millionen, 100 Millionen, jetzt werden es 130 Millionen, weil wir wohl noch ein bisschen mehr reinklatschen in unsere VIP-Etage und hier, ja, Tunnelklub und bla bla blub. Das Interessanteste davon ist aber, dass wir als VfB Stuttgart 55 Millionen zahlen von diesen 130 Millionen am Stadionumbau. Da geht es ja um, ja, einfach Besserung und so weiter generell für uns, um auch mehr Einnahmen über VIP-Einzeln und so weiter, eben auch mit dem Stadion und so weiter einfach besser aussieht für die EM 2024 und das ist auch das Ziel. Zu Beginn der Rückrunde 2023, 2024 soll das Ding, ja, soll die Zuschauerkapazität wieder erhöht werden, soll es in Richtung Ende dann kommen, logischerweise, weil im Sommer ist dann auch schon EM, ne? Also auch da nochmal, falls da sich immer wieder Leute fragen, öh, wo ist unser Geld hin? Wir zahlen 55 Millionen für einen Stadionumbau, ne? Ex-VfB, auch Kategorie, ja, mit rein, Carlos Mané, einfach weil der Ehrenmann auf Twitter ein bisschen unterwegs war und hat hier Werdekalpers geschrieben, das, was wir eben schon gerade vermissen, er hat geschrieben, für immer einer von euch, Carlos Mané, einfach absoluter Ehrenmann, schade, dass es damals wirklich diese deftige Verletzung gab, war ja auch nur ein Leihgeschäft, ne? Es ist eh fragt, ob man hätten halten können sowieso, aber dicke Verletzungen leider, da wäre echt noch mehr möglich gewesen, ein Fanliebling war ja eh schon sehr schade, ähm, bei Askasiba läuft es auch nicht unbedingt so gut weiter, ne, muss man auch mal sagen, ähm, ja, zu Hertha gewechselt, jetzt ist, dann gab es eine Laie nach Italien, die wurde jetzt vorzeitig beendet, jetzt geht es per Laie-Basis nach Argentinien zurück, ähm, also, ganz, ganz wild, ganz, ganz wild, der, der teure Transfer hat auch nicht viel gebracht nach Berlin, ähm, scheinbar wurde Darko Czönoff tatsächlich bei Burnley aussortiert, auch Vogelwild, die haben ja auch einiges an Geld ausgegeben für ihn eigentlich, aber das scheint auch nicht so ganz zu funktionieren, ähm, zum Vorständigen muss ich sagen, natürlich haben auch ein paar Ex-VfL, die gut funktionieren, ist ja auch klar, zum Beispiel ein Kobel, der einfach brutal spielt, der auch, wo es Gerüchte gab, dass die Bayern vielleicht mit dem dran wären, für, für einen Neuersatz irgendwann ganz genau, aber es ist halt auch nicht so richtig, so richtig was bei rumgekommen, oder so richtig Gerüchte bisher bei rumgekommen, weil sie jetzt ja natürlich erst mal Sommer geholt haben, ist ja auch klar, auch sehr schön, finde ich, ähm, Sandhausen holt Hamadi Al-Ghadoui, schönes Ding einfach, der hatte seinen Vertrag aufgelöst beim FC Paphos, jetzt ist der 32-jährige Mittelstürmer zurück bei Sandhausen, ähm, noch einer, bei dem einfach der Schritt ein bisschen zu früh kam, wahrscheinlich, ähm, ein bisschen Flausen in den Kopf gesetzt worden, vielleicht auch, ähm, ist Leon Dayaku, der ist ja damals vor dem Zweitligasaison, 19-20, dann nach zu den Bayern gewechselt, ähm, da nicht funktioniert so richtig, und nicht, na, halt logischerweise nicht direkt den Durchbruch gemacht, äh, dann zu Union, und jetzt, äh, ist er dann zu AFC Sunderland gegangen, und mittlerweile, dieses, diesen Winter ist er jetzt, bis zur Saison in der Ausgeliehen an den FC St. Gallen, also, die Karriere hat auch nicht den Verlauf genommen, den man sich vielleicht gewünscht hätte, ähm, ja, es macht halt eben nicht unbedingt immer so, direkt diesen absoluten Riesenschritt zu machen, ohne ihm jetzt dann näher treten zu wollen, auch ein absoluter Ehrenmann, also wirklich komplett, ist Huub Stevens, ganz klare Geschichte, der hat seine Trainerkarriere beendet, aus gesundheitlichen Gründen, ich meine, er ist eh schon 69, auch die Schalke-Geschichten und so, hat er nur aus Herzen gemacht, das hätte er sich echt nochmal antun müssen, die paar Spiele da immer wieder, Interimsweise, aber auch bei uns ja, uns zweimal vor dem Abstieg gerettet, Klassenerhalt gerettet, absoluter Ehrenmann, Huub Stevens, schönes Karriereende an ihn, und hier auch sehr schade, ähm, auch da kann man Kritik üben, an diesem, ey, lass einfach mal nach England gehen, so Mangala-mäßig, aber eben jetzt auch hier, Thema Kalajcic, da natürlich auch noch viel unglücklicher halt, weil der natürlich einfach einfach auch keine Chance hat, sich durchzusetzen, weil er ja verletzt ist, logischerweise, nach der ersten Halbzeit direkt, sich dick verletzt gehabt, und jetzt, äh, droht ihm wohl, der Rauswurf, Rauswurf aus dem Wulfskader, weiß nicht, ob es jetzt irgendwie schon, quasi in Richtung Transfer oder sowas geht, oder ob es einfach nur jetzt für die Rückrunde gilt, wie auch immer, ähm, aber scheinbar gibt es da auch eine Regelung mit erlaubten Ausländern im Kader, gibt es ja in einigen Ligen, weiß ich gar nicht, ob es das auch in Deutschland gibt, aber es gibt wohl nur 17 Ausländer, die man in dem Kader haben darf, bei dem Premier League Club, und aktuell stehen sie bei 18, und da ist Kalajcic mit noch einem anderen Typen bei den Wulfs, ähm, ja, Kandidat dafür, dass man den dann rausstreicht, um wieder auf diese 17 zu kommen, ähm, ein Transferring kann es dann jetzt ja gerade nicht, ich glaube, es ist eher dann was für einen Sommer, wäre natürlich dann extrem unglücklich, weil, ähm, ja, dann wechselt er da hin, verletzt sich nach 45 Minuten und ist im Sommer wieder weg, das kann natürlich auch dann von der Karriere her einen ziemlich unglücklichen Lauf nehmen, dann haben wir TBD, ähm, der wechselt jetzt dann fix zu Estac Troi nach, äh, Frankreich, ähm, haben wir auch gehört von Ablösesumme, so 2,6 Millionen, davon fließen 438.000 nach Alltag scheinbar, das sind so die Zahlen, die man immer wieder hört, und da auch ganz interessant, ähm, Troi ist einer von vielen, also, zum damaligen Stand von dem Artikel, zum C, äh, der zehnte, ähm, Partnerverein von Manchester City, also, ich frage, ob man es ihm zutraut, ne, damals waren sie sich auch in der zweiten Liga, noch treuer, als sie es gemacht haben, 2021, hängt ja auch, sagen, ein bisschen im, im Abstiegskampf eher in der Liga, als irgendwo oben mitzuspielen, oder eher im unteren Tabellmittelfeld, wie auch immer, aber interessant auf jeden Fall, dass das ein Partnerklub mit Manchester City ist, und dann kommen wir zu was, ja, aktuellerem natürlich, nämlich, kleine Kategorie nach dem Leipzig-Spiel, sage ich mal, gehe es hier anhand von ein paar Tweets durch, Nummer eins müssen wir sagen, Florian Müller, ich habe ihn auch lange, lange, lange verteidigt, werde es auch weiterhin immer noch tun, also, es gibt auch weiterhin keinen Grund für mich, den jetzt irgendwie dumm zu beleidigen, was auch immer wieder auf Social Media passiert, oder auch jetzt auch passiert ist wieder, scheinbar in Hülle und Fülle, einfach peinlich sowas, ähm, aber, ja, den Freistoß musst du halten, gleichermaßen auch logischerweise, das war kein Freistoß, das war kein Foul, weiß nicht, ob man, ob da ein VR eingreifen darf, weiß nicht, ob es verschiedene ist, Situationen dann sind, von wegen, Freistoß ist das eine, der Schuss danach ist das andere, aber eigentlich ist ja, torentscheidend, dass es den Freistoß gibt, also, vielleicht hat er es auch danach noch zurücknehmen können, ganz, ganz wilde Nummer natürlich, ne, ähm, aber wie gesagt, das Ding muss er ganz klar halten, so, kein Weg dran vorbei, ähm, da muss er auch nochmal sagen, ein paar Stats hier, wir waren richtig gut in Leipzig, wir waren richtig gut in Leipzig, ähm, wir waren dem Gegner in Laufdistanz, in Expected Goals, in Tempoläufen und in Zweikämpfen, ähm, voraus, wir waren besser als die in den Statistiken, dazu 10 zu 9 Torschüsse, ähm, das ist schon eine ziemlich bemerkenswerte Leistung in Leipzig, trotz eben, oder auch vielleicht Wegen, oder wie auch immer, dem Kader eben, und so muss man auch sagen, es waren mehr Punkte drin, letzten Spielen, das ist ganz klar, wir haben jetzt drei Spiele gehabt, gegen Mainz, für den Punkt noch am okayesten von den beiden Spielen, also von dem Spiel und von Hoffenheim, weil ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas geht, in Hoffenheim hatte ich das Gefühl, das Ding holen wir, hab ich es ja auch schon mal gesagt, aber ich hatte auch das Gefühl, nach der, nach der gelb-roten Karte, scheißegal, heute läuft's, die Stimmung ist krank, 7000 Fans in Hoffenheim, wir gewinnen das schon, wir, wir wuppen das irgendwie, heute ist der Tag, erster Sieg, Labbadia gewinnt in Hoffenheim, oder wir haben nur unter Labbadia in Hoffenheim gewonnen, bisher als Trainer, das machen wir jetzt auch heute, kriegt man hin, und dann fällt doch noch das Tor, also in Leipzig jetzt auch einen Punkt mitnehmen können, hat sich auch kein Leipziger beschweren dürfen, wir hätten hier schon zwei, ja, vielleicht drei Punkte oder so mehr auf dem Konto haben können, als jetzt eben nur die zwei Punkte, ist schon sehr schade, was man auch gemerkt hat, finde ich in Leipzig, dass die Idee von Anton auf Rechtsverteidiger bitte endlich vorbei ist, also ich fand Wagnermann und so, also richtige Außenverteidiger auf Außenverteidiger Positionen, machen halt mehr Sinn, als Nathai als linker Verteidiger und ein Anton als rechter Verteidiger, finde ich, hat man auch ganz, ganz klar gemerkt, zum Beispiel jetzt Stenzel rechts, Wackmann links, wie auch immer, das war in Leipzig echt, echt nicht verkehrt, gleichermaßen muss man auch sagen, wir verschleppen die gleichen Probleme unter den letzten drei Trainern, bei Rino, bei Wimmer und bei Labbadia hat man jetzt bei allen, oder wie ich es jetzt auch gerade getan habe, kann man bei allen dreien sagen, ja eigentlich war mehr drin, so eigentlich war mehr drin, mit ein bisschen mehr Glück, wippst du da mehr Punkte, mit ein bisschen mehr Kaltschnezzigkeit, machst du da was, wir verschleppen die gleichen Probleme, unter Rino hat man immer wieder das Gefühl, eigentlich war doch mehr drin, auch statistisch, die gesamte Saison, ich glaube, nur Schalke hat punktemäßig weniger geholt, als sie eigentlich hätten sollen, als wir, ich glaube, wir haben auch, nach diesen Expected Points mäßig, haben wir glaube, hätten wir auch normalerweise irgendwie sechs, sieben Punkte mehr auf dem Konto, ne, es verschleppt sich von Trainer zu Trainer zu Trainer, scheinbar verschleppt es dieser Kader einfach immer mit, immerhin, der Rest vom Spieltag lief ordentlich, der Rest hat ja mehr oder weniger auch, glaube ich, alles verloren, bei Hertha ist ja auch ganz, ganz groß wieder das Drama dort, Bobic draußen alles, deswegen, so komplett kacke war der Spieltag nicht, natürlich wäre der Punkt noch geiler gewesen, aber auch in der Instagram-Story gerne, auf Instagram folgen, wie gesagt, ihr kriegt die News da viel schneller in den Storys, als in so Videos, da nochmal angesprochen, ich fand das Interview von Labbadia sehr schön anzuhören, mir gefällt es, einfach, ja, diese Leidenschaft, du merkst, dass der Mann brennt, dass dem Mann auch was in dem Verein liegt, dass er hier unbedingt drinbleiben will mit dem Verein, auch kleine Schiri-Schein, nach dem Motto in Hoffenheim, musst du einen Elfmeter bekommen, stattdessen bekommt der, den Elfer nicht bekommt, Gelb für Meckern, obwohl er ja so gesehen zurecht meckert, danach diese dumme Gelb-Rote mit, ja, auch Auslegungssache, hat auch der Gräfe nochmal auf Twitter geschrieben, dass der Schiri natürlich eine Wahl hatte, der muss da nicht Gelb-Rot geben, und nach ihm war das auch keine Gelb-Rote Karte in Hoffenheim, also man kann das schon auch anders sehen, und im Gräfe, ja, sage ich immer mal so, wie es ist, rechne ich mehr Ahnung vom Schiedsrichterwesen zu, als zum Beispiel einem Bartstübner, der da gepfiffen hat in Hoffenheim, und da, ja, dazu auch in Leipzig, gutes Spiel gemacht hat, er gesagt, wir nehmen die Dinge an, wie sie sind und so weiter, hätten uns mehr Punkte verdient, der Typ macht für mich einfach einen guten Eindruck, ich finde das keine schlechte Anstellung, natürlich hilft es nicht, nur zu loben, und nur zu sagen, ey, war super, wir haben ja trotzdem verloren, ist ja klar, wir haben trotzdem verloren, es sind trotzdem null Punkte, natürlich brauchst du trotzdem langsam echt mal ein Erfolgserlebnis, auch mir gefällt, Labbadia schon besser, als es vielen, also, also vielen anderen tut, fand es auch cool, dass Kohl sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, habe ich hier auch als Tweet dabei, und die Noten, hier steht auch, Chancen 7 zu 4 für Leipzig, laut dem Kicker, Schiri hat eine 4,5 bekommen, und Fazit, Leipzig zitterte sich zum Sieg, muss man ja auch so sagen, da war schon echt was drin, und ganz kurze Meldungen, weil es dazu passt, weil das Spiel lief am Freitagabend auf der Zone, Verbraucherzentrale attackiert der Zone, es droht eine Sammelklage, weil sie ja nochmal dick erhöht haben vom Preis her, was auch komplett eine Frechheit ist, aber das hier noch kurz mit rein, bitte Verbraucherschutz, macht das, klatscht da rein, ist auch schon länger her die News, also ich weiß nicht, wie lange so was dauert, aber klatscht da bitte was rein, weil das kannst du halt echt nicht sein, dann sind wir beim Thema, ja, Transfers, und beim Thema Ahamada, Nummer 1 mal, hier noch der Ricky-Tweet zum Start, der Verein braucht dringend Erlöse, hängt irgendwie, also Ricky Palm, hängt irgendwie mit dem KfW-Kredit zusammen, den müssen wir auch noch irgendwie zurückzahlen, den hatte ich auch gar nicht mehr richtig im Kopf, sie haben keine andere Wahl, ja, und dadurch wird vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum man eben Ahamada abgibt jetzt im Winter, das war irgendwie auch klar, auch Sky immer wieder gesagt, ein großer Transfer muss leider schon sein, ne, und jetzt wird's wohl Ahamada sein, beziehungsweise er wird sein, es ist nur noch nicht offiziell, aber Labbadia hat ja schon auf der Pressekonferenz erzählt, dass es schade ist, dass er geht, dass er nicht abgegeben hätte gerne, Fabrizio Romano schreibt's und so weiter, heute Medizincheck in England gemacht, oder, ja, weiß ich, ob er schon gemacht hat, aber macht, wie auch immer, von dem her, das wird schon durchgehen, nur halt noch nicht offiziell, offiziell, zwölf Millionen bekommen wir wohl von Crystal Palace aus England, mehr schreibt Fabrizio Romano auch nicht, ich hoffe da leicht noch drauf, dass wir vielleicht ein bisschen, noch irgendwie eine Weiterverkaufsbeteiligung haben oder sowas, es ist immer nett, bei so Talenten sowas dabei zu haben, weil der natürlich auch durchstarten könnte, ich mag Ahamada vom Spielertyp her, schade, dass er wechselt, aber für die Kohle, ja, musst du es vermutlich schon machen, aus unserer Sicht, muss man schon sagen, also, klar, wir können auch wieder träumen von diesen Schadesachen und sowas, das mache ich auch gerne, aber zwölf Millionen ist schon ordentlich, wir haben den jetzt, dann, glaube ich, vor einem Jahr, davor war es ja leider, haben wir, glaube ich, fest verpflichtet, oder war es schon vor zwei Jahren fest verpflichtet, ich glaube, vor einem Jahr, und da haben wir ja anderthalb Millionen für den gezahlt, das ist schon trotzdem ein ordentliches Ding und zwölf Millionen für jemanden jetzt, das erste Mal, so mehr oder weniger Stammspieler ist in der Bundesliga, ist schon trotzdem auch ein Betrag, dürfen wir uns auch nicht blenden lassen, von dem generellen, was auf dem Transfermarkt passiert, finde ich, auch schön für ihn, ein bisschen cool für ihn auch, dass er eben von Patrick Vieira hier trainiert wird, bei Crystal Palace, natürlich auch absolut französische Mittelfeldlegende aus der Premier League von Arsenal und so weiter, bestimmt auch ein reizender Punkt dann für Ahamada, da natürlich auch die Frage, wie setzt er sich durch in England, kommt der Schritt vielleicht ein bisschen zu früh, weil wir gesagt haben, er hat jetzt eine stabile erste Halbserie gespielt, mehr noch nicht groß in der Bundesliga, mehr noch nicht groß, ohne jetzt in wirklicher Form kleinreden zu wollen oder sowas, aber natürlich schritten in die Premier League schon nochmal ein anderes Ding, Crystal Palace, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo die gerade stecken, wahrscheinlich auch irgendwo Tabellenmittelfeld, ich glaube, ganz unten drin müssten sie nicht sein, bin mir gerade auch nicht sicher, das ist schon ein Schritt, muss man sagen, und auch interessant fand ich, ist mir auch aufgefallen, wir bekommen ja mehr oder minder gleich viel wie für Mangala, wir hatten doch für Mangala, steht glaube ich wahrscheinlich auf Transfermarkt irgendwo offiziell 13, 14 Millionen, das kriegen wir für Ahamada 12, kann man machen, quasi den Mangala-Asserts mehr oder minder fürs Gleiche zu verkaufen, wie den Mangala davor, das ist irgendwie auch nochmal ein witziger Vergleich, natürlich Haraguchi kam, einer von denen, aus dem wir halt die Kohle nehmen konnten, aus dem Ahamada-Deal wahrscheinlich, Genki Haraguchi kommt von Union Berlin, Gerüchte waren schon lange da, 31 Jahre alt, Japaner, erfahren auf jeden Fall in der Bundesliga, auch Europa League und so weiter, jetzt gespielt, bekommt auch, was ich sehr vernünftig finde, auch nur einen Einjahresvertrag, also anderthalb Jahresvertrag, bis 2024, bis Sommer, ja, wohlgemuts sagt, er bringt heraus, hervorragende fußballerische Qualitäten und einen enormen Erfahrungsschatz in die Mannschaft ein, kennt Deutschland und Bundesliga und so weiter, braucht keine lange Anlaufzeit, und er freut sich sehr, dass er sehr, dass man sehr kurzfristig die Qualität in unserem Kader erhöhen konnte, und da muss man auch sagen, Haraguchi ist keiner, der mich jetzt hypt, würde ich euch auch anlügen, auch diese Saison, ja, noch nicht, glaube ich, noch nicht allzu viel gescored bei Union, aber von Grund auf einer, von dem du weißt, der wird kämpfen, es ist ein Kämpfer, so haben es auch die Union-Fans beschrieben, quasi unter dem, unter dem, ja, Abschieds-Tweet von ihm, als man gefragt wurde, was wir so erwarten können, ein Kämpfer, ich finde, generell bei Japanern, haben wir ja auch bei Ito, auch bei Endo, die bringen einfach immer ein Mindestmaß, das sehr stark ist immer, aber ein sehr hohes Mindestmaß, einfach ein Einsatz mit, an Einsatz, an Vollgas, an Leidenschaft, damit kannst du, glaube ich, nicht viel falsch machen, ist ein etwas offensiverer Mittelfeldspieler, kann aber auch diese Acht machen, also könnte es so gesehen, der Direktersatz für, für Armadas sein, kann aber auch mal auf dem Flügel spielen, also nicht verkehrt, und für den Kollegen zahlen wir wohl scheinbar, also laut Bild, laut Kicker und so, die einen schreiben irgendwie etwas unter einer Million, manche schreiben rund eine Million, wie auch immer, aber auf jeden Fall auch nicht allzu viel Geld, also so viel falsch machen kann man, dann nicht, würde ich sagen, und auch generell, so ein japanisches Dreieck, tut, glaube ich, auch nicht weh, Ito, Endo, Haraguchi, tut, glaube ich, nicht so dermaßen weh, dann der nächste natürlich, Chill Diaz, der auch noch kam, haben sie beides gleichzeitig veröffentlicht, auf der PK quasi ein bisschen angekündigt, dass heute was kommt, nach dem Armada-Abgang, der bevorsteht, und jetzt kam eine Doppelmeldung direkt, ein Doppelwumms beim VfB, Chill Diaz, 26 Jahre alt, kommt vom Benfica Lissabon, auch der sofort fix, war ja auch vielleicht ein Laie im Raum, aber der kommt auch fix, auch der soll irgendwo unter einer Million kosten, also auch kein großes Ding, der Kollege ist halt so ein bisschen das Thema, wo sich viele ein bisschen, ja, das Maul zerreißen, sage ich mal doof gesagt, der ist halt schon ein ziemlicher Wandervogel, also der war halt wirklich, in den letzten Jahren irgendwie, was weiß ich, in den letzten sieben Jahren gefühlt bei, neun verschiedenen Klubs oder sowas, also ganz vogelwild, hat wirklich überall schon gezockt mit seinen 26 Jahren, Serie A, Liga, spanische La Liga, der war wirklich überall schon der Kollege, kann man natürlich so ein bisschen als Kritikpunkt nehmen, ich möchte aber generell auch vornehmen, vornehmen, bei dem Haraguchi, ja, ich bin auch nicht gehypt, ich verstehe die Kritik, aber ich habe keinen Bock drauf, mit dem Spieler schon schlecht zu reden, den Transfer schon schlecht zu reden, bevor der überhaupt auch nur einmal den Ball bei uns im Verein am Fuß hatte, das finde ich einfach ein bisschen, ein bisschen übertrieben, es nervt mich ein bisschen, ja, der Kollege, ja, denke ich mal eher Kaderplatz mäßig, weil Flügel finde ich schon eine Position, die durchaus, nehmen wir mal schon mal, was man schon mal machen könnte, kann nicht nur Flügel, der kann auch, ja, flexibler auf eine Außenposition, kann auch mal Linksverteidiger spielen, wenn man will, wenn es ganz übel wird, und das hat auch der Vogelmut, dass er eben flexibel ist, dass man damit kurzfristig auf die Verletzung von Thiago Thomas reagiert, aber er auch längerfristig eine wertvolle Ergänzung unseres Kaders ist, ja, also kurzfristig auf die Verletzung von Thomas reagieren, finde ich da ein bisschen over the top, ich meine, es hieß, der fällt drei Wochen aus, davon ist schon eine halbe weg, also, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass der durchaus schon ein bisschen in Vorgriff sein dürfte, auf eben zum Beispiel Thomas im Sommer, weil den wirst du nie im Leben für 14 Millionen halten können, oder auch halten wollen vielleicht im Sommer, für die Summe, ich glaube auch dafür ist er eben schon ein Vorgriff, und hey, wenn du den hast, und den auf der Bank, auch ohne jetzt einen Colibali oder sowas, ja, nahe treten, zu nahe zu treten, aber wenn du so einen auf der Bank hast, fühle ich mich schon mal irgendwie angenehmer, jemanden von Benfica auf der Bank zu haben, als jetzt irgendwie den nächsten Colibali oder sowas einzuwechseln, allein schon für den Kaderplatz, finde ich es nicht verkehrt, auch der, wie gesagt, kostet ja quasi nichts, in Fußball, in Fußballzeiten, in den aktuellen Fußballzeiten, mal gucken, vielleicht schlägt er ja bei uns endlich ein, zum Beispiel ein Ende oder sowas, war ja auch schon einen Tacken älter, als er kam, und einer auf Twitter geschrieben, auch noch nicht bei großen Nennswerten im Verein, und guck mal, was der für eine Rolle spielt bei uns, ich will noch nicht ganz runde reden im Transfer, aber ich kann Kritikpunkte logischerweise auch verstehen, interessant hier ist, der Agent von ihm, von Chil Dias, hat bisher noch, ja, einen Spieler bei uns schon mal untergebracht, in Cannstatt, zwei Spieler sind zum VfB, von dem Berater, eben Chil Dias, und davor, der letzte war Carlos Mané, auch interessantes Ding, und generell, mit Portugiesen haben wir ja nicht unbedingt so die schlechtesten Erfahrungen gemacht, deswegen, kein Thema, und der Kollege hat auch Bock, ich meine, klar, kann auch wieder irgend so ein ganz normaler Social Media Team Post sein, aber Chil Dias auf Twitter freut sich sehr, dass er bei so einem historischen Klub die Möglichkeit hat zu spielen, in einer der spannendsten Ligen der Welt, bin mal gespannt, was der Kollege dann uns effektiv bringen wird, wir kommen zu Waldschmidt, zu Luca Waldschmidt, genau hier, Dias übrigens Vertrag bis 25, also noch ein Jahr länger bekommen, der ist wohl ein Leihkandidat zu uns, also Wolfsburg generell zwei Leihkandidaten gehabt, nämlich Maximilian Philipp und Luca Waldschmidt, Philipp ist ja schon offiziell zu Bremen, und er ist wohl ein Leihkandidat bei uns, muss man aber auch sagen, dass jetzt wohl auf der PK von Kovac ein bisschen klarer die Aussage kam, von wegen, nichts gibt es, wir machen hier in Sachen Transfers nichts mehr, ist die Frage, ob er damit Neuzugänge meint, wir machen nichts mehr, oder generell Transfers meint, das würde natürlich auch ein Weitschmid-Leih dann auch ausschließen, wäre definitiv ein interessanter Mann, bei dem sind auch die besten Jahre schon so ein bisschen vorbei, bei Freiburg kriegt die Start, dann bei Fika lief es nicht so ganz, und dann jetzt zurück zu Wolfsburg, aber hier war es halt wirklich dicke Summen gekostet, 15 Millionen mal 13 Millionen, also auch nicht wenig, der hat schon was drauf, flexibel einsetzbar vorne, er hätte per Leihe holen können, sind die Gerüchte, mal gucken, ob da noch was passiert, am Deadline-Day morgen, ich tippe mal das heute Nacht, oder heute Abend, wie auch immer, nichts mehr passiert, Paderborn, Paderborn Vorbericht machen wir hier, klatschen wir auch einmal durch im VfB-News-Stil, sag ich mal, bei dem Klub, spielen wir im Pokal morgen, Dienstag 18 Uhr, der einfach auf der Mitgliederversammlung, wo das gesamte Vorstand beim Vereinslied, den Spieltagsschal gegen uns hochgehalten hat, irgendwie auch ein sehr kurioses Bild, ein sehr witziges Bild, wie vorhin schon angesprochen, es ist dann das fünfte Mal VfB in 16 Tagen, erstes Mal, also das vierte, das fünfte wird dann Bremen, aber 21. Januar gegen Mainz und 5. Februar gegen Bremen, einige, einige VfB-Spiele am Stück, und wir kommen dagegen eine Mannschaft, die alles andere als zu unterschätzen ist, Bremen rausgeworfen aus dem Pokal, wirklich einen ordentlichen Kader bei Sam, haben wir jetzt zum Beispiel mit Piringer einen von Schalke ausgeliehen, der echt ordentlich trifft bei denen in Paderborn, generell immer so ein bisschen Aufstiegskalien da, in den letzten Jahren ja oft schon mal knapp dran gewesen, letzte Saison Platz 5, da hat man Platz 7, natürlich auch schon in der ersten Jahr gewesen, das ist ja auch ganz klar, schon mal aufgestiegen unter Steffen Baumgart, jetzt wieder mit Lukas Quasnyok so ein bisschen den zweiten Baumgart geholt, so rein von der Leidenschaftlichkeit am Spielfeldrand, diese Saison stehen sie, ah, diese Saison Platz 5, sorry, diese Saison Platz 5, letzte Saison ist Platz 7, die haben jetzt auch wieder den Liga-Betrieb aufgenommen, das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil für uns, oder das heißt vielleicht, es muss ein Vorteil sein für uns, die haben erst am diesen Wochenende wieder angefangen, mit der zweiten Liga, also eine Woche später, als die Bundesliga wieder reingestartet, haben dann Last-Minute-Sieg mitgenommen, 1-0 in Karlsruhe am Freitagabend, war es glaube ich, und ja, definitiv nichts zu unterschätzen, kommen wir uns ein bisschen zum Kader-Geschichten, Nummer 1 ist schon mal, was ein bisschen überraschend kommt vielleicht, wir, Labbadia macht nicht, wie Wimmer und Matarazzo, das Thema Pokaltorhüter auf, sondern er sagt, Flo ist unsere Nummer 1, Florian Müller, das heißt, er wird auch spielen im Pokal, in Paderborn, also kein Pokalkeeper, Bredlo, gab es auch wieder einen großen Aufschrei, ey, bring doch mal den Bredlo, bring doch mal den Schork, bring doch mal den Simon, den 17-Jährigen, nach dem Müller-Fehler, ist ja auch ganz klar, auch interessant, es ist ein relativ kurzes Personal-Update, sicher ausfallen werden, Launrin Ulrich, Aufbauträgen und Thiago Tomasch, Einriss, Bauchmuskulatur, bei allen anderen müssen wir die heutige Trainings-Einheit abwarten, hieß es heute Mittag von der Pressekonferenz, heißt, Sosa ist ein halber Kandidat oder wie, oder Zagadou oder sowas, würde ich jetzt erstmal nicht glauben, aber vielleicht wieder welche für einen Kader, mal gucken, ist eh die Frage, mit was für einem Kader wir reingehen nach Paderborn, Casanaris hat er gelobt, hat er sich verdient, den Startelf-Einsatz, über die gesamte Vorbereitung, möchte jedem Trainer zulernen, das Tor Leipzig hätte ich ihm gegönnt, hat er die riesen Chance nach neun Minuten, auch sehr schön, wie auch ein Labbadia da, was ja auch ihm viele Nachsagen noch, was glaube ich aber auch nie so richtig belegt ist eigentlich, als Labbadia nur auf Erfahrung, nur auf Alte setzen würde, finde ich gerade schön, an sowas zu sehen, Mio war so ein bisschen die Frage, was ist denn da los, warum spielt denn der nie, und da gab es auch so ein bisschen die Antwort dann, auf die Pressekonferenz, Nummer eins auch Bayers noch, bei dem reicht es nicht, von der Qualität scheinbar, es schadet seiner Entwicklung, dass natürlich in den U21 nicht eingesetzt werden kann, aufgrund von irgendwelchen Regelungen, vielleicht findet man da noch irgendwie einen Leihweg oder sowas, mal gucken, und bei Mio hieß es eben, zuletzt mit unzureichenden Trainingsleistungen, gab ein längeres Gespräch vor dem Leipzig-Spiel, jetzt liegt es an ihm, dazu muss man jetzt sagen, ich glaube auch, dass Mio einfach unserem System ein bisschen zum Opfer fällt, weil wir haben ja nicht so wirklich eine 10er-Position, wir spielen ja eher mit einem 6er und zwei 8er, klar, du kannst auch zwei 8er und einen 10er bringen, eine 4-3-3 kannst du variabel aufstellen, aber im Normalfall, wenn so jemand kommt, wie zum Beispiel ein Eckloff ja auch, dann kommt er irgendwann eher gegen Ende, wenn du nochmal ein bisschen mehr Offensiv-Impuls brauchst und eben einen defensiveren Mittelfeldspieler rausnimmst und einen offensiveren bringst, wir haben ja nicht so richtig diese 10er-Positionen, die ja eigentlich ein Mio bekleidet, wahrscheinlich fällt das dem so ein bisschen zum Opfer, auch mal gespannt, wie wir dann eben zum Beispiel auch einen Haraguchi einsetzen, der kann ja eigentlich auch gefühlt alles da irgendwie machen, 8, 10 Flügel, sind wir gespannt, weil die beiden, hat der VfB schon geschrieben, stehen morgen im Kader, Genki Haraguchi und Schildias stehen morgen im Kader, Haraguchi übrigens die 17, Schildias die 31 bekommen, richtiger 31er, genau, und bei Aufstellungen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es mir jetzt leicht gemacht, nehme ich die von meinen VfB, Müller haben die hinten drin, Anton, weil es eh so ein random Ding ist, ist wirklich random, kann es sein, dass er auf einmal ein Schildias spielt, kann es sein, dass er auf einmal wieder, wie in Leipzig einfach, einfach eine Experimente-Mannschaft hinstellt, auch wenn er mehr Möglichkeiten hat, weil er sagt, ey, schon mal ein paar Leute, harte Vorbereitung, Bundesliga ist wichtiger, keine Ahnung, weiß ja kein Mensch, die sagen, Müller hinten drin, Ito links, fände ich schon mal wichtig, Anton Innenverteidigung, Mafropanas Innenverteidigung, rechts Stenzel, davor dann 3 im Mittelfeld, Karasso, Nathai, Endo, links Führig, rechts dann Haraguchi, also die schicken den direkt von Beginn an auf den Platz, in ihrem Tipp, und ganz vorne drin dann Gerasi, der wieder fit ist, in Paderborn haben wir nicht so viele Spiele zu bewerten, was so Bilanz und sowas angeht, generell ist natürlich eher für uns die Bilanz, das ist schon mal nicht verkehrt, wir haben noch nie gegen Paderborn verloren, wenn ich das gerade hier richtig sehe, ja gut, es sind nur vier Spiele, aber nie verloren, wir hatten einen 2 zu 1 Sieg in Paderborn 2015, das war das absolut legendäre, ja, letzter Spieltag, Rettung durch Gincec, auch unter Huub Stevens, vorhin angesprochen, dann hat man 0 zu 0 davor, in derselben Saison zu Hause, und zweimal im Pokal gewonnen, einmal 1 zu 4 in Paderborn 2002, und einmal 3 zu 2 zu Hause gegen Paderborn nach Verlängerung 2007, so sieht es also aus, was den Pokal angeht, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir müssen die schlagen, das ist ja ganz logisch, Paderborn ist ein sehr guter Zweitegist, das wird nicht einfach, ich gehe da nicht von einer Klatsche aus, oder was auch immer, aber du fährst da halt trotz allem immer noch zu einem Zweitligisten, zu dem Labbadia auch sagt, Paderborn ist eine Spitzenmannschaft in der 2. Bundesliga, zwar stehen wir im Moment auf einem hinteren Tabellenplatz, trotzdem gehen wir als Favoriten die Partie, wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen, wir treffen auf eine sehr engagierte Mannschaft, die gut in die Saison gestartet ist, Paderborn hat Werder Bremen aus dem Pokal geworfen, wir wissen, dass es eine heiße Herausforderung wird, das wird es auch, wir müssen sie trotzdem schlagen, wir haben ein paar Ex-Paderborn natürlich am Start, ganz frisch, natürlich Wohlgemuth, der war ja davor noch Sportchef in Paderborn, und dazu natürlich auch noch Chris Führig, der hat auch bei Paderborn vorgespielt, wie gesagt, wir brauchen dieses Erfolgserlebnis mal, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Pokal ist, aber wir brauchen es, ist natürlich auch einige Kohle, die da zu holen ist im Pokal, das muss man auch dazu sagen, also schon Geld zu holen im Pokal, und dann tatsächlich auch interessant, es ist ja morgen um 18 Uhr Anpfiff, und genau dann ist der Deadline-Day vorbei, genau dann ist der Deadline-Day vorbei bei uns um 18 Uhr, mal gucken, ob wir quasi mit dem Anpfiff noch irgendeine Meldung bekommen, gucken, was der Tag morgen dann generell so bringt, 1700 VfB-Fans werden die Mannschaft am Dienstagabend nach Paderborn begleiten, das Gästekontingent ist komplett ausgeschöpft, auch wieder saustark, sehr, sehr stark, wie gesagt finanziell interessant, und natürlich auch interessant für uns, ganz klar die Auslosung dann, wenn wir hoffentlich weitergekommen sind, ich bin da zuversichtlich, dass wir weiterkommen, tippe auf, habe ganz vergessen noch zu tippen, ich tippe auf, ach komm, 1 zu 2 wie immer so, also meine letzten Tipps waren eh nicht so der wirkliche Burner, deswegen einfach 1 zu 2, aber es wird tatsächlich erst am Sonntag, 19. Februar, werden die vier Partien des Viertelfinals dann ausgelost, weil wir es ja diesmal so haben, dass wir jetzt jeweils zwei Spiele haben, einen Anpfiff 18 Uhr, einen Anpfiff 20 Uhr 45, und wir teilen diese Achtelfinals nicht in einer Woche, sondern wir spielen die in zwei Wochen, wir haben jetzt am Dienstag zwei Spiele, Mittwoch zwei, nächste Woche Dienstag zwei, nächste Woche Mittwoch zwei, und dann ist ja, dann ist dann die Auslosung tatsächlich, dauert ziemlich lange, 19. Februar, und dann mal gucken, was da bei rumkommt am Ende des Tages, ihr könnt natürlich auch wie immer, haben schon einige von euch gemacht, ich mache es immer ein bisschen vor dem Vorbericht schon rein, hier können wir immer abstimmen im Community-Tab, ob wir aussteigen im Pokal oder ob wir weiterkommen, Unentschieden ist ja diesmal nicht drin. Wir machen den Vermarktungsrechte-Deal noch mit rein, der wurde auch heute veröffentlicht, das war ein sehr, sehr heftiger VfB-Tag, was die News angeht, einiges, einiges passiert heute, wir fokussieren die Wachstumsstrategie in der Vermarktung, haben uns da mit Sport5 zusammengetan, ja, irgendwie, ja, innovatives Vermarktungsmodell, wie gesagt, bin ich ganz ehrlich, da steige ich nicht so tief ein, auch einfach, weil es mich nicht so groß interessiert, das Interessanteste davon dürfte sein, weil man da direkt an so Barcelona und sowas denkt, die irgendwie wieder 50% von ihren TV-Geldern oder sowas an irgendwen abgeben und so, um sich zu retten, das ist bei uns scheinbar nicht so der Fall, denn der letzte Satz ist, oder das ist ein sehr interessanter, der VfB behält dabei sämtliche Vermarktungsrechte vollumfänglich in der eigenen Hand und ist weiter direkter Vertragspartner für bestehende wie potenzielle Sponsoren, dadurch verbleibt die volle Entscheidung soweit in allen kommerziellen Fragestellungen beim VfB, das ist schon mal wichtig, auch interessant, wir bekommen eine Soforteinnahme durch eine vereinbarte Signing-Fee, also Unterschriftsbonus quasi, dass wir das mit denen machen, generell kriegen wir, ja, größere Planungssicherheit bei den Sponsoring-Einnahmen, natürlich hat der VfB auch nicht genau irgendwelche Zahlen oder sowas genannt, kann euch auch nicht sagen, wie seriös Sport5 ist, bin ich auch ganz ehrlich, werden bestimmt irgendwann auch die Zahlen kommen, es wird interessant, wie viel bekommen wir für die, weil wir bräuchten ja schon, das wird natürlich kein Investor sein, Sponsoring-mäßig, aber wir bräuchten natürlich auch da eigentlich generell einfach ein paar mehr Geldquellen, die ja irgendwie auch schon länger angekündigt waren, kommen wir wieder ein bisschen in die Vereinskritik, sag ich mal, da war schon länger angedacht, dass man endlich mal irgendwelche Sponsoring-Geschichten, Investorengeschichten, so regionale Geschichten hinbekommt, das ist ja nie passiert bisher, aber mal gucken, was er hier so bringt, kann es weder positiv noch kritisch irgendwie groß betrachten, weil ich da einfach noch nicht groß reingestiegen bin, einfach auch zeitlich nicht, aber das auch glaube ich aus Interesse auch einfach nicht groß machen werde, mal gucken, was da Leute drüber schreiben, die das dann eher tun als ich, Borna Sosa haben wir noch zum Schluss, der hat ja auch dann rund ums Main-Spiel war es glaube ich, hat er bei Sky, das sich geäußert, der Mikrofon ist ja noch angeschlagen oder noch im Aufbautraining, wie auch immer, bin jetzt seit fünf Jahren hier und fühle mich zu Hause, aber wenn etwas Gutes kommt, dann will man vielleicht einen weiteren Schritt machen, klang ja auch schon während der WM durch, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass der Kollege nochmal den nächsten Schritt macht, der wartet ja auch auf ihn, so wichtig er für uns ist und so gern wir ihn auch haben, er hat auch noch einen Vertrag bis zur 25, aber würde mich nicht wundern, wenn der langsam mal den nächsten Schritt macht und da kamen heute Gerüchte auf, läuft da was mit Leverkusen, die waren ja an einem dran, den sich jetzt dann Real Madrid gesichert hat, weil die so ein Vorkaufsrecht auf den Typen hatten und deswegen brauchen sie jetzt oder schauen jetzt wohl nach weiteren Linksverteidiger-Alternativen, sind nicht so happy mit Zinkgrafen und mit Mitchell Backer bei denen und haben da wohl scheinbar auch schon, ja, scheinbar auch schon Kohle oder uns was angeboten, hätten auch für diesen Garcia hieß er, der zu Real Madrid gewechselt ist, jetzt hätten wohl da auch wohl die 10-Millionen-Ausstiegsklausel gezogen, wären dazu bereit gewesen, bei uns heißt es wie immer diese klassischen mindestens 15 Millionen oder um die 15 Millionen sind wohl schon mit einem Angebot bei uns abgeblitzt, ja, ich würde auch hier wieder gerne sagen, ey, guckt ihr den Schade an, guckt ihr den an, 25 Millionen und sowas, aber ich glaube, solange da eine 2 davor steht, wäre ich damit mittlerweile echt okay, ich habe irgendwie langsam einfach nicht mehr das Gefühl, dass wir irgendwie mehr bekommen für ihn, gleichermaßen muss ich ja auch ganz klar sagen, du gibst schon Ahamada ab, das heißt, du hast diesen einen Big-Money-Transfer schon gemacht im Winter, der vielleicht auch nicht ganz nötig war, auch in Labbadia hätten er offensichtlich oder auch vom Zitat her gerne gehalten, er ist ja kein Fan von, muss aber wohl finanziell sein, wie gesagt, ab Stadion angesprochen, wir wissen Corona, ja, Einnahme, Einnahmeverluste und so weiter, die ganzen Zahlen wissen wir ja im Kopf, wir wissen, dass es einfach gerade finanziell schlecht aussieht, wahrscheinlich wird man auch sonst nicht irgendwie so Sport5-Dienes eingehen oder sowas, auch wenn wir da ja dann alle Rechte haben und so weiter, wie es klingt, auf den ersten Blick, aber ja, Sosa, diesen Winter, du kannst so einen unfassbar wichtigen Spieler und ich glaube, wenn der wieder Stamm spielen kann und wenn der wieder fit ist, bei uns wieder mitwirken kann, wird das extrem wichtig, das wird unfassbar wichtig für uns, der hat uns so dermaßen auf Schultern getragen, teilweise in den Spielen, der wird extrem wichtig, wenn man eben in der Abwehr wieder einen Sosa links hat, statt jetzt zum Beispiel Nathai oder auch einem Ito oder sowas auf links, die alle ihren Shop nach ihren Möglichkeiten machen, Ito mag ich auch sehr, aber eben mehr in der Innenverteidigung als außen, Nathai auch mag ich eher Mittelfeld als links außen, wenn der Sosa wieder spielt, das wäre schon sehr wichtig, sowas zu jemandem kannst du nicht im Winter noch einen halben Tag vor Deadline Day quasi abgeben, sowas kannst du nicht bringen, finde ich, vor allem brauchst du dann wieder Ersatz, gibt vielleicht nur die Möglichkeiten, dann irgendwie einen von Leverkusen-Verteidigern quasi zurückzuholen, so ein bisschen David Raum und Angelino mäßig von Leipzig und Hoffenheim, vielleicht aber auch nicht großer Fan von, hier ist jetzt die aktuelle, die letzte Nachricht dazu, dass wir die erste Offerte der Rheinländer eben nach den Infos von Sky abgelehnt haben für Borna Sosa. Und dann kommen wir zum Outro, hier noch ein ganz witziges Ding, was ich auch schon seit Ewigkeiten in meinem VfB News-Doc quasi drin habe, meistbesuchte Vereinsprofile auf Transfermarkt.de in 2022 sind wir auf Platz 9, zuerst die Bayern, Dortmund, Gladbach, Frankfurt, Schalke, Hertha, Hamburger, La Tasserei, Stuttgart, und dann für der Bartsche auf Platz 9 und ja, fand ich irgendwie passend, weil heute hat man auch, glaube ich, einige Zeit, oder generell in den letzten Tagen, generell zu Transferfenstern, kann man einige, einige Zeit damit verlieren, zu gucken, wer ist denn das jetzt, sowas kann denn so ein Haraguchi, was hat denn so ein Schilddias gemacht bisher in seiner Saison, finde ich witzig, dass wir tatsächlich auf Platz 9 sind von diesem ganzen Verein, meistbesuchte Vereinsprofile auf Transfermarkt.de 2022, witziges Ding, wir sind wieder wer, wäre es in meiner Überschrift, wir sind wieder wer, was das angeht und heute Abend, ich weiß zum jetzigen Stand noch nicht, ob ich es noch vor dem Start vom Stream hochgeladen bekomme oder erst währenddessen oder erst danach, wie auch immer, diese VfB News und Paderborn-Vorbrich-Folge, aber ich bin zu Gast oder werde zu Gast gewesen sein, bei der Wochenschau am Mittwoch beim guten Adrian ist ein Paderborn-Fan, da sind wir ab 20 Uhr live oder live gewesen und quatschen ein bisschen vorberichtsmäßig über Paderborn gegen den VfB, ich gehe mal fest davon aus, dass danach auch die Live-Übertragung dann online bleibt, so sieht es aus, die ganzen Live-Dinger sind auch online bei ihm, von dem her, das könnt ihr euch dann auch im Nachhinein noch anschauen, wenn ihm das Video schon raus ist oder wenn der Stream schon vorbei ist, gerne abchecken, da quatsche ich mit dem Kollegen vorberichtsmäßig über Paderborn über den VfB Stuttgart und dann bin ich durch, langes Ding geworden, war aber so auch zu erwarten, einiges abgearbeitet, waren wieder wilde Tage, also diese englischen Wochen und so weiter, plus Werkstudentenjob, plus Uni, plus dies, plus das, plus Geburtstage, plus Pendeln, meine Güte, also ich freue mich schon, dass es wirklich ab morgen Abend nach dem Pokal so halbwegs bisschen durchschnaufen ist, weil wir erst wieder am Sonntag spielen gegen Werder Bremen, gerne eure Meinung dalassen zu, keine Ahnung, zu allem, was ich hier gesagt habe, brauche mich gar nicht auf irgendwas spezialisieren, bleibe ich hier fürs Zuschauen, logischerweise wie immer noch viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017